Delfingeschichten In diesem Buch geht es um Geschichten mit Delfinen. Tommy und Pelle sind Hunde und sie spielen am Strand Fangen. Sie sind in ein Boot gesprungen und sie sind mit dem Boot aufs Meer getrieben. Die Sonne geht unter und Tommy und Pelle sind ängstlich. Morgen sind drei Delfine gekommen, um die Hunde zu retten. Die Delfine ziehen das Boot gemeinsam zum Strand zurück.